Hallo liebe Liebenden und herzlich Willkommen in meinem Schafsparadies. Mit dabei heute der Nekro. Ich schau schon ab. Und der Andi. Oh ne. Nein Spaß, Spaß, Spaß. Hallo und herzlich willkommen bei Minecraft Vanilla. Wir sind hier in meinem kleinen Schafsbordell. Oh, ich werde überfallen von Schafen. Geil. Ähm, ja. Du kannst doch was, wie schon gesagt, du kannst doch was anderes machen. Du musst dir die ganze Zeit bei dem Schafen rumhängen. Ich wollte noch einmal hier Weed verteilen. Ich bin hier der Weed Dealer vor dem Herrn. Ich habe für jeden was. Wow. Alter, ich habe doch nicht für... Na Fifi, ja ich weiß, der Typ hat einen Schaden, das weiß ich selber. Das ist der Scheiß. Ja, die fangen raus. Wenn du sie alle auf einen Haufen tust. Da kann ich doch nicht für. Die laufen doch alle auf einen Haufen. Das Bild sieht geil aus. Nekro, komm mal nach mir hier hin. Wo ich bin. Warte mal, ich soll gerade mal wieder das Creeper-Bild, was ich gerade hatte. Ne, da stimmt das. Wir sind hier gleich genug Schafe zum Scheren. Hey, mein Weed ist weg. Äh, Göttel, ich hole dich ab. Ich werde jetzt noch ein bisschen farmen, glaube ich. Stimmt, Andi ist gerade wieder richtig hardcore laut. Echt? Also bei mir geht es eigentlich. Wo bist du? Ach so, ich möchte bloß mal meinen Zahn mal ein bisschen leiser machen. Ah ne, da ist er. Ich bin in meinem Haus. Ah ne, da ist er gerade schon abgehauen. Und eine kleine Residenz müsste ich mir bauen. Soll ich dir mal mein Häuschen zeigen, dann kannst du das vielleicht so nachbauen. Wer will wieder in so einem Haus haben, was? Ja. Guck mal rein. Du kannst auch mein Haus angucken. Guck mal rein. Komm, ich mache mal eine Führung hier, ne? Auf dem Server. Habe ich noch gar nicht gemacht. Oh, Wasser. Na, die, ich muss sagen, die, 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 die ist wirklich geil. Ja, die hat was. Aber das Problem ist, du kannst natürlich mal eben so einen Block einfach kaputt hauen, weißt du, der fällt so runter. Ist nicht schlimm. So, erster Stock. Ein Geschlafzimmer. Ein Geschlafzimmer. Guck mal, weißt du, wir gehen ins Haus, weißt du, was zeigt der mir als erstes sein Schlafzimmer, weißt du? Ja. Mit Süd-Trasse. Bist du sicher, dass das Süden ist? Nee, aber sag ich so. Ich muss mal, warte, 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 das kann ich nach... Das ist Osten. Das ist Osten. Ost, ja. Ja, dort sehe ich ja. Mit einer östlichen Süd-Terrasse, weißt du? Guck mal, da vorne, ich sehe einen Negro. Ja, hier, hier haben wir unten einen Südflügel. Hier, da ist die Süd-Terrasse und auf der anderen Seite ist der Süd-Flügel. Ja, genau. Okay. Es ist da. Die fallen mir noch drauf, fallen mir grad zu ein. Oh, ja. Gibt's noch mehr Süd-Flügel-Terra-Dinger? Dachboden? Dachboden. Ja, Lager. Ja. Ein Dachboden. Ein Lagerboden. Aber da musst du noch was an der Beschriftung ändern. Gibt das ja nicht, ne? Ja, das ist nur provisorisch gerade hier. Alles mögliche drin. Okay. Jede Menge Diamant-Spitzhacken hast du. Ja, ja. Ach, Andi, du hast echt lange Weile. Kann das sein? Ja. Hier, das ist mein automatischer Ofen quasi. Ach so, ja. Wenn du nach hier unten kommst, siehst du das, erkennst du das Ganze. Und das ist stockwerkübergreifend. Genau. Hier extra nur für Essen. Der einzelne. Hier, der kleine. Oh, ja. Und auch Punktabfang. Genau. Schön. Die Kohle du hast, du hast lange Weile. Dann kommen wir mit in den Keller. Wie viel Eisen der hat. Oh, ja. Kommen wir mit in den Keller. Keller? Ja. Ist aber wenig Kohle an, die muss man sagen. Ja. Ja, für mich ist das noch viel, ja. Du hast von uns bei mir in die Kiste reingeguckt. Nee, nicht in die Kohlekiste. Nee, die schwarzen Blöcke, das war alles Kohle. Die schwarze Blöcke. Hier ist Bühnefarm. Bühnefarm. Oh. Okay, automatischer Killer, oder was? Genau. Achso, ja, die ertrinken, ne? Meine kleine Farm. Die kleine. Ja. Ja, ich habe schon eine größere gesehen hier auf dem Server. Guck mal mit, guck mal mit, guck mal mit. Das ist ja meine kleine. Kann ich deine Größe eigentlich auch schon? Nein. Die ist auch noch nicht fertig, also die ist noch nicht im Betrieb. Muss ich dazu sagen. So Farben habe ich früher ja auch immer gebaut. Damals. Du bist so ein Ass. Ja. Ja, nix. Jetzt musst du das Ding eben halt bloß noch schaffen, dass du es automatisch gepflanzt. Ja, ich muss hier hinten noch. Das geht aber, glaube ich, nicht, oder? Nee. Ich habe irgendwie gelesen, dass das gehen soll. Nein, ich glaube, das geht nur mit Mods. Nee. Doch. Ich glaube wohl. Nee, ich habe irgendwas im Hintern gehabt, dass es auch so funktioniert. Dann gehen wir noch runter zum Bahnhof. Ja, den kenne ich ja schon. Ja, den hast du. Bahnhof? Ja. Ja, wir haben hier noch geplant, wenn das Flugfeld nebst Flugzeug und Hubschrauber fertig ist, bei mir ein Hauptbahnhof. Alles klar. Andi kennt das Bild. Nee, ich versuche das Bild einmal in Dropbox hochzuladen, gebe ich dir einen Link. Okay. Und dann kannst du dir den Bahnhof mal angucken. Okay. Also den Hauptbahnhof. Sollen wir ihn nochmal auf Reise schicken? Ja, schicken wir auf Reise. Warte mal, kann ich jetzt eigentlich... Sorry Leute, wenn ihr bei mir mal nicht seid, aber die Reise kennt ihr ja schon. Genau. Er steht im Weg. Warte. Ach. Und tschüss. Ich bin unterwegs. Falls unterwegs, Lohren finde, ist es mitbringen. Da findet definitiv Herr Schock. Aber jetzt muss ich farmen. Oh, ey, hier ist noch Kohle in der Wand. Da muss ich abfarmen. Hier auch. Oh, und Red Zone. Dann gibst du mir mal Schubs. Mikro. Schubs, mich mal. Okay, bis jetzt ist hier noch nicht viel spannend. Oh, da war noch Eisen in der Wand. Da muss ich... Das hier der unendliche Tunnel, oder? Nein, das ist mein Farmtunnel. Geht ja nur geradeaus. Na ja, menschliche Quarries auch schon. Okay, hier ist Obsidian. Schön. Nix. Ist ja nix. Oh, Obsidian. Alter, hier ist viel Obsidian. Da war einer ausversehenen Wassereimer ausgekippt. Hey. Hey. Mist, habe ich doch noch nie einen Dropbox. Da muss ich's nur hochladen, schnell. Wie schon gesagt, meine Zuschauer kennen die Tunnel ja schon. Genau. Hä, hä, hä? Was sind wir schon da? Na, lange nicht. Das ist aber noch. Das war ein Tag. Hey. Ein Tag und fünf oder sechs Spitzhacken. Wie viel? Fünf oder sechs. Fünf oder sechs. Ja, fünf oder sechs geht eigentlich noch. So, Dateien zugefilmt. Abgeschlossen. Aber Spitzhacken mit Behutsamkeit. Und Heilbarkeit. Okay. Muss ich ja die ganzen Fackeln hier mal abbauen. Unterwegs. Nee, das ist los. Das ist weg. Klack, 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 klack. Alle weg. Hey, was ist da? Hey. Hey, ich habe eine Schiefe. Gehen Sie? Das ist auch eine total spannende Folge gerade. Ja, bei mir höre ich stehe bloß eigentlich bloß gerade da. Aber ich habe über 300 FPS. Ja, weil ich gerade versuche eben mal das Bild, den Link oder das Bild zu geben. Und deswegen. Ohne Scheiß, ich habe fast 400 FPS teilweise. Weil hier nix ist. Weil der nix rennen muss, glaube ich. Das ist doch geil. Oh, Kohle. Hey. Oh, Kohle. Hey. Ja, ich fand das auch noch ein toll. Oh, Diori. Nee. Alle sieht. Oder so. Kohle. Hey. Du darfst gleich in meine Bahnhof antworten. Irgendwo werde ich hoffentlich irgendwann ankommen. Würdest du das merken? Ja. Ich vermute mal, dass da eine Lore steht, dass du dann da stumpf wieder zurück fährst. Ja. Dann muss ich ja aussteigen vorher. Hm. So, freigeben. Wenn du eine Lore triffst, dann kann es sein, dass du zurückgeschossen wirst wieder. Richtig. So. Bei mir ist es gerade so spannend. Man sieht bei mir gerade in Pause, blödschau. Okay. Hier, Täschi. Ich habe doch mal den Link zu einem Hauptbahnhof geschickt. Okay, da kommt eine Lore zurück. Hast du eine geschickt, oder was? Nee, meine kommt zurück. Die andere nehme ich hier auf. Eisen, Eisen, Eisen. Ja, wartest du eben? Ich komme dann, äh... Nein, den Rest laufe ich. Ich sehe hier schon Kisten. Kannst du ja auch schon im Video aufmachen, ne? Damit du den Leuten auch sagen kannst, What the fuck? Das habt ihr vor? Was? Ja, nee, ist klar. Das war ein bisschen zu übertrieben. Ja, natürlich. Hier draußen in der Küste. Und jetzt fahren wir wieder zurück. Wie spannend das heute ist. Ja. Eigentlich schmerzt man von dem, zweimal, Klaas, wenn ich es finde. Ja, oben, äh, auf Dachboden. Weil komischerweise ist bei mir, äh, der Tunnel kaputt. Ja, oben auf dem Dachboden. In irgendeiner Küste. Nee, da ist der, äh... Äh, was ist das? Ich habe da schon zweimal. Ja, ist ja in Ordnung. Ich habe ja schon zweimal. Ach, hä? Äh, wie witzig ist das denn? Also, wie ihr merkt, ist Tashlight ein bisschen verwirrt. Ja, meine Zuschauer müssten jetzt auch eigentlich, wenn sie zugeguckt haben, äh, wissen warum. Äh, mir war das, äh, zu laut. Mit dem, mir waren die Schienen einfach zu laut. Ja, und? Weißt du, unter welchem Punkt die leiser gemacht werden? Und unter Option, Sound. Ja, und dann Friendly, äh, Creatures. Was? Ja. Freundliche Kreaturen. Hallo, meine freundlichen Kreaturen. Na, ihr leuchtet aber heute wieder schön. So laut sind die Schienen ja gar nicht. Also, bei mir war... Also, ich fand sie jetzt lauter. Ich konnte Musik nicht mehr hören. Oh. Ja. Ja. Ich muss auch erst mal meine ganzen Lohrentier auf dem Weg stehen nochmal wieder einsammeln. Aber diese Variante ist auf jeden Fall besser als, äh, zu laufen. Ja, schon. Doch. Wenn ich das ganze Zeug hier zwischendurch auch mal, äh, einsammeln würde, könnte. Eisen oder so. Obwohl, ich brauche eigentlich nicht viel. Warte mal, was habe ich denn? Nix. Ich habe hier noch... Oh, ich habe ja noch Scheren hier. Ne, Sponsor bei Necro. Fast 6. Tolle. Ein paar Pickaxes. Hier, das könnte ich mal... Könnte ich mal hier zu... Ruhig mal craften. Allein. 42 FPS in dem... In dem... In dem Glastunnel, ne? Wo die Licht angehen. Okay. Na, es liegt daran, dass die Lampen ja an und an und ausgehen. Ja, ja, ja. Jupp. Das ist eine total spannende Folge. Ich fahre die ganze Zeit nur durch den Tunnel hin und her. Das ist der Wahnsinn. Besser wie Farmen, weißt du? Deine Arme zuschaut, du tue mir so leid, ey. Ja, 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 ja. Na, es ist etwas, was hast du dazu gemacht? Ach, ich bin heute ein bisschen hergefahren. Ja, ja, ja. Oh, Rundtour gemacht, ne? Was hast du Rundtour gemacht? Ach so, Rundtour. Waren sie einmal, ne? Ja, ich weiß, was eine Rundtour ist. Ja. Wir kommen ja aus dem Osten. Wir haben Rundtour erfunden. Ja, hier, äh, hier, äh, ne? Ich bin ja hier aus Nordrhein-Westfalen, quasi. Hier gibt's ja auch so eine... Hier kannst ja auch eine Rheintour machen. Wo kommst du denn aus Nordrhein-Westfalen? Oh Gott, jetzt haben sie es hier gefunden. Aus Münsterland. Aus Münsterland, aha. Ja, da hast du von uns mit dem Feuerwehrwarten durchgefahren. Gar nicht so weit von uns. Okay. Wo kommst du weg? Soesterbehörde. Was? Soesterbehörde. Kurz vorm Sauerland. Okay. So, Leute, wenn ihr Andi besuchen wollt, ihr habt ja gerade die Stadt erfahren. Ja, komm. Hin da, hin da. Soll ich noch Adresse fragen? Nein, das machen wir nicht. Noch nie. So, jetzt mach ich schon mal die Verabschiedung. Weil wir sind schon wieder meine Folge. Ich hab's ja nicht gefallen. Wenn ja, also bei mir war's relativ langweilig. Die Hälfte der Folge ist bloß im Pausenbild, im Pausenmenübildschirm gewesen, aber nur und. Ich würde mich trotzdem, oder wir würden uns trotzdem auf einen Feedback oder so freuen. Alter, sind hier viel scharfer. In dem Sinne, viel Spaß beim Gucken. Und ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal. Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss. 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 Tschüss.